Achtung! Hilfeleistung Einsatz für KEF 1, DLK 1, Gimsterweg. Gimsterweg, Gimsterweg. F1, kommen. Zielleitstelle Mülheim, kommen. Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz, kommen. Absturzgefährte da, POL vor Ort, Sie werden eingewiesen, kommen. Verstanden, Ende. Verstanden, Ende. Verstanden, Ende. Verstanden, Ende. Verstanden, Ende. Untertitelung des ZDF, 2020 Leitstelle Mülheim von 1KF1, kommen Hier, Leitstelle Mülheim, kommen Erste Lagemeldung, absturzgefährdeter Ast über Straße, Kettensäge über DLK wird vorgenommen, kommen Das wird verstanden, Ende Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ruhh! Leitstelle Mülheim von 1KF1, kommen. Hier, Leitstelle Mülheim, kommen. Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz, kommen. Verletzte Pessung der Tür vermutet. POL-Vorort, Sie werden eingewiesen, kommen. Verstanden, Ende. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Leitstelle Mülheim von 1KF1, kommen. Hier, Leitstelle Mülheim, kommen. Erste Lage, Meldung, Tür verschlossen, leiten Öffnungsmaßnahmen ein, kommen. Das ist verstanden, Ende. Da, Leitstelle Mülheim, kommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ende. Leitstelle Mülheim 1, RTB 1 kommen. Zielleitstelle Mülheim, kommen. Lagemeldung, Person in verwirrtem Zustand, am Transport zum Krankenhaus wird eingeleitet, kommen. Verlust verstanden. Händel. Achtung, Hilfeleistung Ölspur. Einsatz für KEF 1, Leipziger Straße. Leitstelle Mülheim von 1KIF 1 kommen. Zielleitstelle Mülheim, kommen. Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz, kommen. LKW für Ihr Betriebsstoffe. Anrufer vor, kommen. Verstanden? Händel. LKW für Ihr Betriebsstoffe. Anrufer. 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 Leitstelle Mülheim von 1KF1 kommen. Hier Leitstelle Mülheim kommen. 1. Lage Meldung. Ölfleck bestätigt, kein weiterer Ölverlust zu erkennen. Beginn mit dem Abwenden. Das ist verstanden. Ende. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020